Grüß euch miteinander. Seit über 100 Jahren schmeckt der Emmentaler genau gleich gut. Nämlich sehr gut. Doch jetzt haben wir etwas herausgefunden, das seinen Geschmack noch mehr verfeinert. Unsere Kühe geben feine Milch, aber es gibt etwas, das sie hin und wieder stört. Die fliegenden. Die fliegenden Kühen den ganzen Tag um den Grind herum und machen sie ganz nervös. Gell, Flurina? Damit die Kühe noch entspannter sind und somit noch bessere Milch liefern, haben wir eine neue, innovative Technologie entwickelt. Das war nicht ganz einfach. Aber jetzt haben wir sie gefunden. Die Gecko-Technologie. Und so funktioniert's. Wir setzen einfach einen Gecko auf unsere Kühe und schon frisst er alle Fliegen. Gegen seinen schnellen Angriff haben die lästigen Schmeissfliegen nämlich keine Chance. So ein Gecko ist zwar klein, aber schandbar effizient. Weil die Emmentaler Kühe sehr konservativ sind, werden die beiden schon von Kindsbeinen aneinander gewöhnt. Der Gecko. Die Kuh. Diese noch harmonischere Milch wurde einer geheimen Testgäserei zu Käse verarbeitet. Und jetzt ist er fertig. Der harmonischste Emmentaler AOC aller Zeiten. Mit Gecko-Technologie. Probieren auch Sie ihn am nächsten Sonntag an der Weltpremiere auf dem Bernplatz in Bern. Alle Infos auf emmentaler.ch Wir haben alle Infos auf emmentaler.ch kleinere Bekämpfung in Bern.